Und dann Moinsen zum Spielfazit, die Bayern sind tatsächlich geschlagen, 3 zu 1 im Heimspiel. Wir haben hier chronologisch durch meinen Stichpunkt gemacht, die Stars, ihr kennt, wie das hier funktioniert. Auch hier nochmal kurz das Podcast-Video von heute Morgen angesprochen. Natürlich ja noch ein bisschen was Älteres dabei mit Leverkusen, aber eben auch nochmal dieser Champions-League-Hype mit drin. Was es ausgelöst hat, was für ein Feeling war, dass er VfB wirklich Champions-League spielt. Jetzt garantiert Champions-League spielt, Zeit der Champions-League unter der Woche eben, seit den Halbfinals. Dieser Hype und eben auch die Vorfreude und auch der Optimismus und doch positive Herangehensweise einfach an dieses Bayern-Spiel heute, die sich dann damit auch bestätigt hat mit dem Sieg heute gegen die Bayern. Auch da war es schon nice, Freitagabend 1-1 Leipzig. Nice für uns, um diesen dritten Platz auf jeden Fall mal mindestens zu sichern. Für diese kleine Demo kam man ein bisschen zu spät, oder kam ich ein bisschen zu spät dann. Nur noch gesehen, wie so eine kleinere Menge dann vor diesem VIP-Bereich quasi stand. Videos auch gesehen, also war doch schon eine stattliche Menge dabei. Natürlich ist keine Karawane, aber war doch schon einiges mit dabei. Und am Anfang vom Spiel war ja auch noch ein bisschen was in diese Richtung, in diese Richtung Protest mit massigem Pfeif-Konzert, Triller-Pfeif und sowas. Nach dem Motto, das Spiel ist ausmäßig, wie es ja auch manchmal formuliert wird, aus der Szene oder aus eben den Ecken, die da sich öffentlich Stellung nehmen zu den ganzen Geschichten da oben. Aber heute so im Sport gehen, direkt war das ein starker Start. Stimmung war direkt da, die Jungs waren gierig, die Mannschaft wollte. Die Bayern, auch das kommt noch ein paar Mal hier drin vor im Verlauf. Schon von Beginn an wirkte es so, als wollten die hier heute gar nichts. So, die wollten hier nichts außer Spiel abhaken. Die wissen genau, ey, guter VfB zwischen Real, was soll der Kackkick hier? Und so hat es teilweise auch gewirkt, auf jeden Fall. Gab Höhlen und Tiefen, auch da stand schon drin, der ersten Halbzeit, hier schon hier mal reingeschrieben, wird immer müder, der Kick. Also es war jetzt kein Feuerwerk über 90 Minuten, das auf jeden Fall nicht. Kerasi, auch der, gerade wirklich ein bisschen Pech am Fuß, muss man ja echt sagen. Das Ding, wo er Dior abschießt, kurz vor Linie, statt dass der Ball reingeht, ist einerseits natürlich, kann er besser produzieren, andererseits auch einfach nur Pech, ne. Auch in Leverkusen, deswegen, ne, gerade so ein bisschen Pech am Fuß, der Kollege. Dann trotzdem das 1-0-Feld, ein wunderschöner Ball von unten da freigegechippt und dann macht das da vorne ein Stärgio, wenn es eben halt schon Silas, äh Silas, kommt später noch, wenn es zum Beispiel Gerasi halt nicht macht, dann macht es halt ein Stärgio, ein Innenverteidiger, ein Rechtsverteidiger. Das war, das war bockstark, ein richtig, richtig starker Abschluss in Stürmermanier und das auch verdient, wie gesagt, das waren jetzt nicht die riesen Chancen dabei, aber wir wollten halt was vom Spiel, wir wollten halt was mit dem Ball anfangen, irgendwas tun in diesem Spiel, das Spiel irgendwie am Leben halten, vom, ja, vom Faktor Interesse oder vom Faktor Spannung oder wie auch immer, Attraktivität vom Spiel her, die Bayern nicht wirklich, deswegen war es auf jeden Fall auch verdient am Anfang. Ähm, drinnen dieses Ding, Stärgio, ja, musst du Kaufoptionen ziehen, müssen wir uns drüber reden, Kaufoptionen muss gezogen werden, wenn die wirklich bei, was weiß ich, 2, 2,5 Millionen liegt, musst du ziehen, 100 pro, hast wirklich einen richtig staatlichen Rechtsverteidiger mittlerweile da, musst du mal gucken, ne, Konkurrenzkampf dann auch mit Wagnoman, ähm, und dann die Elfmeter-Szene. Das ist ja wieder Stadion, du kennst es natürlich im Stadion selber nicht wirklich besonders mit, war es jetzt ein Elfer, war es kein Elfer, es sah schon recht soft aus, andererseits sagt man, ah, vielleicht hat er dann doch irgendwo erwischt, ne, es war jetzt so ein kleiner Kontakt, den die Kamera sieht und fertig ist das Thema, aber in der Halbzeit dann habe ich es gesehen, die Wiederholung von dem Ding und auch schon da direkt in besonderem Ausmaß, direkt gesehen auf WhatsApp, ganze Nachrichten von wegen, was ist das denn, das ist kein Elfmeter. Leute, mit denen ich jeden Spieltag über den VfB schreibe, mit denen ich quasi jedes Mal über das Spiel schreibe, aber auch Leute, die mir seit ein paar Wochen, mit denen man nicht so regelmäßig schreibt, sag ich mal so, kamen dann direkt und haben geschrieben, ey, Kollege, das war nie im Leben im Elfmeter, das waren VfB-Fans, neutrale Leute, das waren auch Bayern-Fans, die reingeschrieben haben, oh, das war nie im Leben im Elfmeter. Und dass das Ding stehen geblieben ist, ist auch wieder der komplette Vollwahnsinn, wie gesagt, ist natürlich ein bisschen drastisch und es wird nicht passieren, aber schafft diese Scheiße ab, wirklich schafft diese Scheiße ab, natürlich auch ein Fehlerzyklus, ne, Schiri sagt, das ist ein Elfmeter, ne, ist Quatsch. Schiri, schau es sich nicht nochmal an, ist Quatsch. VR hat wohl auch nicht gesagt, schau es sich nochmal an, ist Quatsch. Das ist komplett, komplett verrückt, wie dieser Elfmeter stehen bleiben darf. Da ist ja wirklich original nichts. Da ist kein Fuß und sowas, überhaupt keine Berührung, das Einzige, was passiert, ist, dass Knapri, der schon quasi im Fallen ist, irgendwie gefühlt auf 30, 10 Meter Lufthöhe, auf Kniehöhe, da irgendwo auf einmal mit seinem Kopf unterwegs ist, ja, noch irgendwie einen Wischer abbekommen von Anton, den er irgendwo im Auge fühlt und sowas, aber das ist doch kein Elfmeter, das ist eine komplette Frechheit und auch da, weil es heißt ja auch immer, ja, alle fühlen sich immer benachteiligt als eigener Verein oder als eigener Fan vom Verein, fühlen sich immer benachteiligt, ist schon ein bisschen eine Wahrheit dran, aber jetzt mittlerweile kannst du sagen, wenn du dir diese letzten drei Wochen anguckst, der VfB hat keine Schiri-Lobby, 0,0. Ich höre mir nicht an, dass der VfB in irgendeiner Form normal von Schiris bewertet wird oder in dem Vergleich besser formuliert, dass der VfB ja gleich schlecht oder gleich oft von schlechten Entscheidungen betroffen ist, weil wir sind es öfter, da bin ich mir so dermaßen sicher von. Wir hatten angesprochen, in den letzten drei Wochen, Bremen war so eine kleine Szene, ist noch irgendwie fein, ist okay, kann es noch irgendwie nicht rausreden, kann es für mich aber trotzdem auch einen Elfmeter pfeifen gegen Stiller, mit der Faust im Gesicht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Leverkusen bleibt für mich ein komplett irreguläres Tor, 2 zu 2 schaut er sich auch nicht an und das heute ist halt das Eindeutigste von allen. Also Bremen war so, ja, weiß ich nicht, Leverkusen war so, ach du Scheiße und das heute war what the fuck, das heute war wirklich, wie, wie? So, das ist, ja, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, es gibt für mich keinen einzigen logischen Erklärungsansatz, wie sich irgendein Schiri in irgendeinem Spiel, irgendein VR in irgendeinem Spiel denken kann, nö, du passt, lass mal stehen in die Situation, es war ein Foul, ne? So, das ist vollkommen verrückt und immerhin da bin ich mir sicher, diesmal auch im Vergleich zu Leverkusens vor allem, dass da auch, weil es auch bei mir im näheren Kreis so war, aber ich glaube auch online auch so war, dass sich, glaube ich, jeder, jeder deutsche Fan, jeder deutsche Fußballfan darauf einigen kann, Bayern-Fans, VfB-Fans, neutrale Fans, alle zusammen sagen können, das ist kein Elfmeter, so. Das ist kompletter Wahnsinn, Kane durfte ihn verwandeln, tut das auch 1 zu 1, ist alles kalt vom Punkt, und ja, die Bayern verwalten das Ding dann so ein bisschen, bunkern fast, sag ich mal, ich packe natürlich mit Absicht das fast dazu, dieses 1 zu 1 halt, das Remis, was auch nicht leistungsgerecht ist, wie gesagt, aber wir, Bayern wollten an und für sich nicht viel von diesem Spiel haben, hatten dann 1 zu 1, dann war das dann erstmal in Ordnung, das hat zumindest für mich gewirkt, dann zweiter Halbzeit direkt eine riesengroße Chance von Schubo Muting, den er nicht macht, wo ich auch ein gutes Bauchgefühl hatte, habe ich glaube auch kundgegeben dann im Audio oder in meiner Aufnahme, die dann natürlich noch nach dem Spielfazit, der kommt, also wer da gerne noch mehr gucken will oder vor allem mehr hören will, mehr Stimmung aufnehmen will von dem Spiel, kommt noch in den nächsten Stunden, sag ich mal, der Audio-Stadion-Vlog natürlich und macht nichts zum Glück. Bayern, wie gesagt, kontern vor allem und sind eben damit auch gefährlich. Die Bayern haben weiter einfach eine Grundqualität da drin, dass sie immer irgendwelche Chancen kreieren können. Manche wurden nach vorne gepeitscht, hier und da haben sie auch gemerkt, dass sie nach vorne gepeitscht werden mussten, fand ich so ein bisschen, weil das schon ein bisschen gemerkt, dass er vor allem von der Bayern-Seite, aber auch der VfB hat sich davon, manchmal fand ich zumindest, ein bisschen anstecken lassen, dass das jetzt schon ein Spiel war, wo es mehr oder minder um nichts mehr geht. Also rein tabellarisch, sag ich mal. Gut, Platz zwei sind nochmal in der Thematik, aber Champions-League sind sie beide drin, die Bayern haben Real-Fokus. Wir haben die Champions-League auch schon fix gemacht, also haben jetzt keinen Sieg gebraucht, sag ich mal, gegen die Bayern, wie auch immer. In der Hinsicht ging es nicht mehr um viel, um nichts, wäre jetzt falsch, vor mir ist es mal um nicht viel, so wie beim Bayern der komplette Real-Fokus da ist, also gemerkt, finde ich, bei uns eben auch letzte Präzision fehlt dann eben bei uns, um dann eben durch ein, ich sag mal, Bollwerk von den Bayern durchzukommen. Das war dann wirklich schade irgendwie und auch zu einer Zeit lang so ein bisschen das Gefühl von, ja, die Jungs machen wieder ein gutes Spiel, ich will die gar nicht runterreden und sowas und die Bayern schlagen, es bleibt weiter schwer und bleibt weiter was Besonderes und auch wenn ihr da mit so einem guten B-Elf warst jetzt auch nicht, eine A-B-Mix-Elf quasi war gegen die Bayern und du das alles nicht untertreiben darfst oder ja, runtersprechen kannst, runterreden kannst, was uns aber allen natürlich auch völlig zu Recht völlig egal sein kann, wir haben die Bayern geschlagen. Kackegal, wie die drauf sind, kackegal, wie die drauf waren, wir haben die Bayern geschlagen. Da fragt auch in ein paar Jahren keiner mehr nach, deswegen auch das gar nicht irgendwie runterspielen oder sowas. Aber trotzdem war das Gefühl dann irgendwann da, als es das 1-1 dann lange sich gezogen hat, Stimmung auch hier und damals nicht so besonders war oder nicht auffällig besonders war oder wie auch immer dem Spiel angemessen war oder wie auch immer vom Hype her oder sowas, was man sich eigentlich erhofft hat, so 90 Minuten lang Volldampf, das war nicht unbedingt komplett da, weder auf dem Platz noch auf den Rängen, aber da komme ich später noch dazu, was das Ganze dann natürlich komplett aufhängt, komplett relativiert und es trotzdem halt zu einem absoluten Weltklasse und besonderen Tag macht. Deswegen, bevor da jetzt schon die ersten Kommentare geschrieben werden, ich komme darauf noch, aber da war so das Gefühl da vorwiegend, ey, diese Bayern darfst du trotzdem gerne schlagen, so diese Bayern darfst du schlagen und ja, auch wenn es ein bisschen zäher die Kost war und schwer durchzukommen ist und alles, das Gefühl war schon da, bitte schlag sie. Heute sind sie wirklich der for the taking, so da ist wirklich, die wollen heute nicht großartig beim Spiel abhaken und wollen nach Madrid fliegen, am besten morgen früh schon, so hat das gewirkt, dann schlag sie bitte auch so, dann schlag sie bitte auch. Bayern, wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, wir kommen durch die Konter immer wieder gefährlich nach vorne, nur die Eure-Rumschalt-Momente, riesen Krätsche von Stiller, Mörder-Krätsche von Stiller, wo eben ein Kane seine Qualität rausholt, da mal kurz ein Stairgio komplett zum Kiosk geschickt, so Gommes gegen Hoffenheim, damals vorletzter Spieltag war es, glaube ich, zu 18 ist es gewesen sein, Throwbacks, wo auch einen Aussteigen lässt, und das Ding reinschiebt, aber ist halt ein Stiller da und krätscht das Ding da weg, auch so Dinger waren wichtig, sonst kann es auch sein, dass sie beide irgendwann mit 1 zu 2 führen, so, kann auch sein, wir auch Chancen gehabt, 100 Prozent, halt nichts komplett Klares oder 100-Prozentiges, ein paar Abschlüsse, wir hatten deutlich mehr Torschüsse, Pässe, bei Albesitz, brauchen wir alles nicht drüber reden, das war alles verdient, wir haben mehr fürs Spiel getan, grundsätzlich so, und ja, und da, wie gesagt, müssen wir in einem Ding, wo eigentlich alles richtig machen, und dann der Abschluss nicht perfekt kommt, und so ein Kullerball dann kommt, da waren Abschlüsse da, Chancen da, Aktionen da, Offensiv tragen da, aber eben die Bayern auch immer wieder gefährlich geworden durch ihre Qualität, und dann passiert es noch, das, was man auch so gehofft hat, die Bayern zu schlagen, und bitte heute in so einem Spiel ist es drin, dann tut es bitte auch, und sie tun es, 2 zu 1, Silas auf Jong, und das, wo ich gerade vorhin drauf angesprochen habe, von wegen Stimmung, war nicht immer 100 Prozent, und nicht immer quasi das, was ich erhofft habe, vielleicht auch falsche Erwartungshaltung, keine Ahnung, aber was mich so erfordert hat, von 90 Minuten lang Volldampf, weil es eben auch das Spiel nicht groß hergegeben hat, gerade schon alles angesprochen, aber eben auch das angesprochen, und hingetisert auf das jetzt unter anderem, den Punkt jetzt unter anderem, die Momente haben dieses Spiel ausgemacht, weil diese Eskalation rund ums 2 zu 1 von Jong, das war besonders, das war für mich aus dem Effekt raus, oder aus dem Affekt raus, ich habe es nicht groß überlegt, nach anderen Spielen, kann noch irgendwas anderes auf Augenhöhe gewesen sein, was weiß ich, keine Ahnung, die Saison war ja brutal besonders, es gab viele Momente, aber dieses 2 zu 1 von Jong war für mich aus dem Stehgreif raus, die größte Eskalation der Saison, was den Jubel angeht, was das Gelöste angeht, dieses 2 zu 1 und sowas, und eben alles, was danach an Wucht kam, an Fangesängen kam, an Hype kam, wirklich Fangesänge, die gewirkt haben, wie so richtig Peitschenhiebe, vor allem 1893, Shepard da so dermaßen rein, so das Gefühl, als hättest du ein Headset auf, was konstant übersteuert, obwohl du ja keins auf hast, also wo du einfach nur mitsinkst und diese Kurve halt irgendwas in diesen Raum bringt, das ist unglaublich gewesen, das Stadion entfacht hat, und das kaschiert alles, wenn mal hier 5 Minuten nicht so stark waren, da mal 5 Minuten vielleicht nicht so stark waren, es gab diese Situation, wo dann eine Ecke kam und direkt war der Push wieder komplett da, und die Fans wollten es immer, das war, ich glaube die Fans oder die Großteil der Fans hatten genau das Gefühl von mir, wie ich auch, ja, das Spiel trudelt ein bisschen, ist schwierig gerade, aber ey, heute sind sie da, um geschlagen zu werden, so, und deswegen kam immer wieder so ein Push von, jetzt müssen wir es ja auch nochmal doppelt und dreifach pushen, deswegen, die Momente waren da, die Momente waren besonders, die waren einzigartig, die bleiben in Erinnerung, und da gehört das 2 zu 1 100% dazu, und eben die Eskalation drumherum, da auch schon hingeschrieben, jetzt kommt mein 3 zu 1 Tipp, ich hatte es im Gefühl, wir konnten nochmal machen es 3 zu 1, sollte tatsächlich auch noch so kommen, auch da schon aufgeschrieben, weil eben, ne, aus diesem Gefühl raus, aus diesem 2 zu 1 Jubel raus, obwohl ich schon oben mal geschrieben habe, von wegen, ja, hier und da mal, naja, und hier, ne, bisschen zäh, da kam sofort nach diesem 2 zu 1 hingeschrieben, das ist ein Ich-War-Dabei-Spiel, das ist ein Spiel, wo du in ein paar Jahren sagst, ey, bei dem Spiel war ich dabei, wo du dich nochmal überlegst, boah krass, ich war bei diesem Spiel im Stadion und sowas, ne, so besondere, so besondere Erlebnisse, ähm, wie gesagt, das waren die Momente in diesem Spiel, die das besonders gemacht haben, vor allem eben in Sachen Stimmung, ähm, ja, 4, Platz 4 damit auch sicher, ne, die Champions League, aus eigener Kraft geschafft, was auch brutal wichtig ist, was die Jungs auch wollten, was Hoeneß, Wohlgemut, die Spieler alle wollten, auch bekommen haben, auch verdient haben, wir haben diesen 5. Platz, diese Sonderregelung, oder diese, ja, UEFA-Ranking, pipapo, ähm, ja, das war nicht für uns, das war nicht nötig für uns, weil wir haben es auch so geschafft, und das ist brutal besonders, ähm, auch schön fand ich, dass hier in Reimund nochmal ein paar Spielmöglichkeiten bekommen hat, einfach um diesen Hype mitzunehmen, da als junger Bursche, junger Spieler, aufs Feld zu kommen, nochmal, auch wenn du nur 2 Minuten bekommst in der Nachspielzeit, völlig geil, das war sehr, sehr, sehr geil für ihn, glaube ich, und dann fällt es noch 3 zu 1, Silas, damit er, Flanke, oder Torvorlage, schöne Flanke gewesen, ähm, auch das immer wieder witzig in der Kurve, oder da wo ich bin, mittig im Stehbereich, äh, im Sitzbereich von der Kurve, ähm, mit der Fahne vor einem, ich habe gesehen, die Flanke kommt, und die kommt gefährlich vor das Tor, aber ich wusste im Moment tatsächlich gar nicht, ob da noch einer steht, ob der Neuer einfach abfängt, auf einmal ist das Ding drin, und zack, Esklaration, so, ich habe diesen Jong gar nicht groß kommen sehen, wie sie Fahne immer so, wie sie vor dem Tor hin und her weht, das ist teilweise schon ziemlich wild, ähm, aber das Ding war drin, Silas damit auch mehr oder minder Matchwinner, ne, kam rein per Einwechslung, ähm, Vorlage, Tor selber gemacht, auch da endlich mal eiskalt gewesen, es kam schon wieder der Gedanke hoch, nach der ersten Aktion von Silas, wer es im Kopf hat, da an der Seitenlinie, hat er eigentlich eine Chance, vielleicht aufs Tor zuzugehen, Ballversprung, oder Ball, ja, schlecht mitgenommen, ins Ausgelaufen, das war die erste Aktion, wo sie gesagt hat, oh, ja, ich bin mal lieber ruhig, so quasi, in der Motto, ja, uh, es geht wieder los, vielleicht bin ich abgestempelt als Silas-Hater, ich glaube, ich weiß, dass ich es vom Grund auf nicht bin, nur von Leistungen in der Saison bisher und auch in den letzten Saisons, vor allem auch, ist das einer, wo ich nicht Nein sagen würde, wenn im Sommer ein Angebot kommt, ne, ich glaube, in die Richtung können wir da gehen, aber heute, um das auch wieder positiv zu drehen, war Silas ein wichtiger Faktor, ein brutal wichtiger Faktor, hat eben dazu geholfen, hat das Tor vorbereitet, selber das Tor gemacht, auch da mal endlich eiskalt geblieben und dem Jungen gönnt man es ja auch, so ist es ja nicht, ne, ich gehe da nicht hin und sage, boah, jetzt hat der getroffen auch noch, ne, natürlich gönnt man es diesem Jungen komplett, Fanliebling auch 100% zurecht und wenn der zurück zur alten Stärke findet, bin ich der Erste, der sich darüber freut, ähm, deswegen, sehr, sehr geil, ein unvergessliches Spiel, auch eben durch diese ganzen Werte von erster Sieg seit 2007, erster Heimsieg seit 2007 gegen die Bayern, brutal besonders, ein Gnabry unter anderem, äh, nach dem Spiel gesagt, ja, so wie der VfB in den letzten Wochen, äh, die Mannschaften eins nach dem anderen quasi herspielen und sowas, hat auch diese, dieses große Lob, auch die Herangehensweise von den Bayern, oder wie sie gespielt haben, war ja auch eine Form von Lob, sag ich mal, oder wie auch schon mal hinspiel, da gehen sie natürlich nach hinten los, aber das ist ein Tor, ist eine Mannschaft so einstellt, dass man eher so ein bisschen, sag mal, Underdog-Fußball spielt gegen den VfB, ist schon auch ein Lob gewesen, in beiden Spielern eben, und eben auch das, kam erst so ein bisschen, nach dem Spiel so ein bisschen erst, äh, in den Kopf ran, mit ein bisschen Kühle und ein bisschen Ruhig runtergekommen, ähm, dass, äh, ja, finde ich auch sehr, sehr besonders, wer getroffen hat, ne, wir haben da vorne unser Trio, mit diesen über 50 Toren, Führig, Gerasi, Undaf, getroffen haben, Stergiu, Jong und Silas, so, nicht diese üblichen, die üblichen, gut, war Vorlage, war Vorlage Gerasi, der da nochmal richtig schön reinkrätscht, den Ball am Leben hält, damit Silas das Ding reinmachen kann, und natürlich auch Undaf mit einer Vorlage, aber es waren eben nicht die Tore, es sind nicht die, die großen, auch, äh, Stergiu hier wurde beim VfB, Man of the Match und so Geschichten, es waren nicht die üblichen so, du brauchst nicht immer die üblichen Verdächtigen, es sind auch andere, die Spiele entscheiden, es steht ein 3 zu 1 gegen die Bayern, der erste Sieg gegen die Bayern zu Hause, seit 2007, und die Torschützen sind Stergiu, Jong und Silas, und das finde ich auch sehr, sehr besonders, dass es halt nicht die Torschützen, zweimal Gerasi, einmal Undaf ist, oder vielleicht noch irgendwo ein Führig, so vom Ding her, finde ich auf jeden Fall besonders, und zeugt auch von dieser Qualität im Kader, ähm, zwei Punkte eben auch an den Bayern ran jetzt, ne, auch das Thema wird nochmal heiß tatsächlich, ähm, und dann danach, danach, danach brauchen wir nicht drüber reden, danach, also rund ums 2-1, 3-1, alles eskalativ, alles euphorisch, ja, pure Freude, einfach wirklich komplett gelöst, das war wunderschön, Genießermodus, ne, alles wieder, es kommt zurück, diese Saison ist der absolute Vollwahnsinn, wie gesagt, auch das, das Spiel heute wird wieder ein paar Tage dauern, das zu realisieren, aber auch dieses Komplettbild, diese komplette Saison, wird Zeit dauern, zu realisieren, weil die so dermaßen besonders war, und besonders ist, die ist noch nicht mal vorbei, das ist unglaublich, danach natürlich brutale Stimmung, und er kam, Sebastian Hoeneß, Hoeneß auf den Zaun, er hat's getan, ist hoch, auf den Zaun, ähm, und das ist, das war auch ein besonderer Moment einfach, weil Hoeneß ist so ein, ja, keine Ahnung, ein grandioser Typ einfach, ich würde gerade sagen, ein grandioser Mensch, bestimmt auch, aber ich kenne ihn halt persönlich nicht, aber so wie er wirkt, ein grandioser Mensch, ein grandioser Typ, wusste da oben gar nicht so richtig, was er damit anfangen soll, äh, fast ein bisschen schüchtern da oben gewesen, aber er ist da hoch, und das hat auch, äh, auch Respekt, und auch sehr, sehr wichtig und sehr schön, auch der Schulterschluss nochmal, auch wenn natürlich Schulterschluss eher was ist, wo du sagst, ne, du brauchst es nochmal, wenn es irgendwie gerade schlechter läuft, ein Schulterschluss im Abschiedskampf, aber auch im positiven Sinne, finde ich, geht das auf jeden Fall, ähm, und auch da oben dann nochmal auch die, ja, die Fans gelobt, was er auch schon seitdem er da ist, ja tut, was auch wunderschön ist für uns immer, äh, wenn da auch ein Fokus drauf liegt, und Trainer es eben auch aktiv sehen, und eben auch, ja, nicht nur diese Klassiker von, ja, unsere Fans sind toll, sondern auch dadurch das so wirkungsvoll rüberbringt, dass er es wirklich besonders findet, und wirklich würdigt, und auch die Mannschaft es würdigt, was die Fans machen, im Abschiedskampf, oder jetzt eben Richtung Champions League, und eben das auch wieder, Hoeneß zieht nie den Fokus auf sich, der will den, glaube ich, auch gar nicht auf sich haben, schiebt ihn wieder auf die Mannschaft, sagt, die Jungs haben das gemacht, und sowas, ein Weltklasse-Typ, das war die beste Anstellung beim VfB, die ich erlebt habe bisher, viele sagen auch, die auch schon ein bisschen älter dabei sind, oder länger dabei sind, dass es vielleicht sogar der beste VfB-Trainer ist, natürlich gibt es natürlich noch andere, andere Größen, und Meister-Trainer, und dies, das, aber für den Moment hat er ziemlich viele Argumente für sich, auf jeden Fall, was auch so eine Debatte, sag ich mal, was ich sag ich mal da, was das angeht, und der letzte Satz, den hat der Kapo auch schon gebracht, beim Augsburg-Spiel, auch das war schon besonders, letztes Spiel 3-0 gewonnen, letztes Spiel vor einer Winterpause, Stadionrunde, Hoeneß schon, also nicht auf dem Zaun, aber am Mikrofon eben mit dem Spruch, ich komme auf den Zaun, wenn wir es erreicht haben, jetzt kam er auf den Zaun, Champions League erreicht, und auch da kam derselbe Satz von Kapo, auch heute nochmal, danke, dass ihr den Spaß zurückgebracht habt, dass der Spaß zurückgekommen ist, ins Neckar-Stadion, und das beschreibt es perfekt, weil genau das ist es ja, du gehst da immer hin, du hast da immer Bock, es ist dein Verein, du gehst da immer hin, du gehst da auch in Scheißphasen hin, nach all der Scheiße geht es auf die Reise, ich brauch's nicht erzählen, heute erst bei dem Spiel den Schal geholt, weil es einfach so dermaßen geil ist, auch wirklich ein Fängsang, der um die Welt geht, oder um die Welt, um Deutschland mindestens mal geht, sehr, sehr geil auf jeden Fall, was da alles losgerissen wurde, aber das machst du ja alles, das machst du ja alles, aber eben teilweise nicht mit spielerischem Spaß, oder sehr lange nicht mit spielerischem Spaß, oder mit Spaß daran, was seine Augen da auf dem Platz sehen, oder sehen müssen teilweise, deswegen ist der Satz glaube ich genau das, danke, dass der Spaß zurückgekommen ist ins Stadion, und das ist wunderschön, und trifft es genau, auch hier nochmal, auch generell diesen Blog, den ich da hab, diese Reihe, die ich hab, die Nebensitzer, links, rechts, oben, unten, wie auch immer, vor allem links von mir, wer guckt, der versteht, wenn jemand von denen hier zuschaut, meine ich natürlich, das ist einfach besonders, auch das ist besonders, auch das ist Kurve, oder generell Stadion, logischerweise auch in anderen Blöcken sein, aber mir ist es eben in dem Fall Kurve, das ist unfassbar schön, war da auch ganz, 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 ganz nah an den Tränen wieder, ich meine, es dürften wahrscheinlich sogar ein, zwei rausgekullert sein, aber das darf dann auch, das muss dann auch fassen, so ein Moment, dass da war, wenn dann Hoeneß auf dem Zaun steht, oder Kapo hier eine Ansprache macht, oder alle zusammen hüpfen und sowas, du da oben auf die Tabelle guckst, Platz drei, bist nah an den Bayern dran, hast jetzt so viele Punkte geholt, wie in den letzten beiden Saisons zusammen, oder ich glaube sogar nochmal einen Punkt mehr, das ist komplett gestört, das ist von vorne bis hinten gestört, aber weiterhin gestört, im positivsten aller Sinne, und hier nochmal auch das, das sind Momente für die Ewigkeit, auch danach nochmal wirklich lange, fünf oder zehn Minuten im Stadion, einfach nur gesessen, quasi auch schweigend gesessen, auch mit den Nachbarn, alle zusammen quasi im selben Feeling, so im selben Gefühlslage, nur gesessen im Stadion, leert sich immer mehr, guckst ein bisschen auf so ein leeres Stadion, hockst da, guckst gerade aus, und bist einfach nur glücklich, bist einfach nur innerlich glücklich, äußerlich glücklich, wahrscheinlich grinst du dir die ganze Zeit nebenher, einen weg und merkst es gar nicht, aber das war besonders von vorne bis hinten, vor allem diese Momente in diesem Spiel, diese Phasen im Spiel, Stimmung, Tore 2-1-3-1, dies, das, wie wir besprochen, Hönes auf dem Zaun, alles hat dieses Spiel, ja, unvergesslich gemacht, das ist einfach so, das war ein überragendes Spiel, dieser Sieg war auch die vorläufige nächste, die nächste vorläufige Krönung, kann man ja fast mittlerweile sagen, eben mit diesem Sieg gegen die Bayern, plus diesem Effekt eben auch, zack, wir brauchen diesen fünften Platz nicht, wir hätten auch normalerweise Champions League gespielt, wie vorhin auch schon angesprochen, war sehr, sehr schön, auch wie immer schön, schöne Überleitung hier, die ich machen kann, wieder einige von euch getroffen, mit euch gequatscht, abgeklatscht, hier und da, immer wieder schön mit euch zu sprechen, euch zu treffen, generell, wenn ihr mich anspringt, immer wieder was Besonderes auf jeden Fall, das wird, glaube ich, nie großartig normal werden, sage ich mal, wird immer was Schönes sein, was Außergewöhnliches sein, deswegen auch da vielen Dank, auch hier schon mal quasi im Vorhinein, oder im Voraus schon mal Danke an die, die mir wieder ein paar Clips geschickt haben, für den Audio-Stadion-Flag auf jeden Fall wieder hinteasern kann, er noch später kommt jetzt, je nachdem, wie zügig ihr das Video hier schaut, ist er schon online, oder ist er eben noch nicht online, aber es kommt natürlich noch, mit Wahnsinn-Stimmungen, natürlich, mit Hühnens auf dem Zaun, mit dieser Eskalation drumherum, mit Audio natürlich, vor allem nur bei mir, bisher Bescheid, ja, Massentag, der VfB, diese Saison, das ist unglaublich, take it in, wirklich, zieht das alles auf, wie ich es auch schon nach, nach dem Champions-League-Abend geschrieben habe, auf Instagram zum Beispiel, ja, feiert VfBler, feiert, das ist Wahnsinn, zwei Spiele haben wir noch, erstmal auswärts auch, so bin ich auch tatsächlich mit dabei, und natürlich dann letzter Spieler gegen Gladbach, das wird auch absolut besonders werden, weil es glaube ich auch so ein Spiel werden wird, wo es mehr oder minder, im Vergleich zu heute, vor allem bei heute, da war auch schon ein bisschen was noch drin, im Sinne von, boah, die Bayern schlagen wäre schon geil, und so ein bisschen Anstrengung ist da, Gladbach natürlich will so die schlagen, am Ende des Tages, ist ja so, wenn du gegen Gladbach ein Kackspiel machst, von dem ich nicht ausgehe, ich gehe davon aus, dass wir Gladbach schlagen werden, am letzten Spieltag auch nochmal euphorisch, aufspielen werden natürlich, aber da glaube ich, wäre auch da die Stimmung, in so einen letzten Spieltag reinzugehen, in so ein Heimspiel reinzugehen, alles steht schon fest, gut, vielleicht kannst du doch sogar noch im Platz zwei spielen oder so Geschichten, aber vom Grundsatz her, ich glaube, verstehe, was ich meine, kannst du da reingehen und sagen, ey, Spiel ist quasi eigentlich egal, das heißt, wenn die heute ausnahmsweise mal ein Kackspiel machen, singe ich halt 90 Minuten lang nach all der Scheiße jetzt auf die Reise durchgehend, und habe den Spaß meines Lebens, also das wird einfach nur auch wieder Euphorie geladen und Glückseligkeit pur, dieser letzte Spieltag, also auch das weiter genießen, wer da mit dabei ist oder auch selbst am Fernseher oder wo auch immer, am Radio, scheißegal, genießen, 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 auch wie immer gerne eure Kommentare zum Spiel hier unten in die Kommentare rein und auch wie immer hier sehr, sehr gerne kostenlos Like und ein Abo da lassen, wäre natürlich wichtig für den Kanal, wichtig für das spezifische Video hier, natürlich generell für uns als VfB-Community, was wir uns hier gerade aufbauen, der Weg geht immer weiter und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.